Hallo, ich bin Simone Schlafhorst, die Konzeptentwicklerin von Neurotango. Europaweit ist Neurotango als Neuentwicklung und mein geistiges Eigentum bei der Euipo eingetragen. Damit wurde eine völlig neue Therapiemethode erschaffen, die es jedem Mediziner oder Therapeuten ermöglicht, effektiv, ganzheitlich und mit Spaß zu arbeiten. Neben vielen gesundheitlichen Aspekten sind die Embodiments, die dem argentinischen Tango entlehnt sind, besonders wichtig dabei. Dies sind Bewegungsmodule, die Sie unterstützen bei neuronalen, physischen, psychischen und auch kognitiven Problemen. Die Methode arbeitet mit der Umprogrammierung von körperlichen Erfahrungen. Informieren Sie sich gleich über die Ausbildung oder Fortbildung zum Neurotango-Praktitioner auf www.tango-therapie.com